Wenn der ab zum Scheißen geht, dann geht er hinter's aus. Und wenn er kein Papier nicht hat, dann nimmt er einfach aus. Halt rutsch auf und du bist braut. Wenn er ab zum Scheißen geht, dann geht er hinter's aus. Und wenn er kein Papier nicht hat, dann nimmt er einfach aus. Halt rutsch auf und du bist braut. Ja, leck mich, was ist das? Ich leck mich jetzt bis zum Donnerstag. Die nächsten Donnerstag und nach Englisch wieder hier. Wenn er was, seine Zeit und dann noch seine Hand aufkommt.